Herzlich Willkommen bei 26.3. Also noch mal zur Einordnung. Wir hatten ein großes Kapitel 25, das war lineare Elastizität. Jetzt haben wir dieses große Kapitel 26, das ist nicht lineare Elastizität. Und damit sind wir dann auch mit der Elastizität schon durch. Danach machen wir noch im letzten Kapitel dieser Vorlesung Plastizität. So, in der lineare Elastizität 25, da war wichtig, symmetrische Gradienten, Kornsche Ungleichung, Existenzresultat. In der nicht-linearen Elastizität, da hatten wir in 26.1 die Ad-Hoc-Modelle und in 26.2 dann die 3D-Modelle. Und da hatten wir eben zum Beispiel Kurschi-Theorie und Piola-Kirchhoff-Theorie, aber auch die Hyperelastizität, also mit den Energiefunktionalen. Und da ist eben dieses Funktional das Entscheidende. Man minimiert über ein Gebiet Omega für eine Abbildung Phi, das ist der Positionsvektor jeweils des Materialpunktes, dieses W von Gradient Phi. Gradient Phi ist also die lokale Deformation. Und W von Gradient Phi ist eben die Energie, die also eine lokale Deformation kostet. Und das will man minimieren. Also Ausdrücke der Form kamen vor. Ich habe dann relativ ausführlich mit Ihnen Sachen besprochen, die mit der also Rotationsinvarianz bzw. Koordinateninvarianz zu tun haben. Und die drücken sich darin aus, dass W von R mal A gleich W von A sein soll. Also die Energie einer Deformation soll dieselbe sein wie die Energie von Deformation und dann noch rotiert. Also das ist gemeint für alle A, aber für Rotationen R. Kurz R in S-O-N. Okay, das ist diese Invarianzbedingung für die Energiedichte. Und was ist die Problematik davon? Die Problematik ist, dass das die Konvexität zerstört. Also ich male das mal einfach auf. Wir haben im Raum der Matrizen den Raum der Rotation. Und das mache ich jetzt symbolisch mal so, dass ich hier eine Kreislinie zeichne und das sollen die Rotationen sein. Dieses Bild ist in zwei Dimensionen komplett richtig. Das sind nämlich die Matrizen, 2 x 2 Matrizen. Die S-O-2 ist die Menge aller Drehungen um irgendeinen Winkel. Und wenn Sie jetzt sozusagen hier den Winkel als den Winkel, um den Sie drehen, auffassen, dann ist die S-O-2 tatsächlich so eine Kreislinie. Aber stellen Sie sich ruhig irgendwie, versuchen Sie es so im abstrakten Raum, also wenn das Ganze der R hoch N kreuz N ist. Das ist natürlich jetzt auch, insofern ist es im Zweidimensionalen natürlich auch nicht so einfach. Das ist nicht der zweidimensionale Raum, sondern es ist der R 2 x 2, der Raum aller 2 x 2 Matrizen. Und da drin jetzt die Rotation. Aber S-O-2 ist eben eine Kreislinie. Okay, also Sie müssen es irgendwie abstrakt versuchen zu sehen im Raum der Matrizen. S-O-N, der Raum der Rotation. Okay, wie auch immer. Jedenfalls würden wir normalerweise sagen, also wenn man mit einem nicht vorbelasteten Zustand startet, der Körper ist am Anfang in Ruhe und das kostet keine Energie. Energie ist immer relativ zu dem Ausgangszustand. Also die Identitätsmatrix, wenn Phi die Identität ist, gerade in Phi ist auch die Identität, diese Identitätsmatrix hat die Energie Null. Also W von der Identität, das ist jetzt die Identität in R hoch N kreuz N, gleich Null. Und damit nach dieser Regel, W von Identität ist W von Rotation mal Identität. W von allen Rotationen ist Null. Und hier dieses S-O-N ist also eine Linie im Raum und da ist W gleich Null auf dieser Linie. Jede andere Deformation kostet Energie. Also in irgendeinem Punkt außerhalb würden wir sagen, W ist größer Null. Und selbst innerhalb würde ich auch sagen, ein Körper zu stauchen, ja, also es ist jetzt nicht so, dass es außen und innen überhaupt so gibt, aber ja, machen wir das Bild, also ein Stauchen des Körpers kostet auch Energie. Alles, was nicht gerade eine Rotation ist, kostet Energie. Gut. Diese Funktion W kann dann nicht konvex sein. Ja, versuchen wir das mal wirklich streng einzusehen. Warum kann W nicht konvex sein? Ja, Sie nehmen zwei Rotationen. Die Energie ist jeweils Null. Jetzt nehmen Sie eine Linearkombination der Rotation, dann sind Sie irgendwo hier. Das Ergebnis ist jedenfalls keine Rotation, egal was es ist, aber es ist keine Rotation. Und wenn es keine Rotation ist, ist das W größer Null. Dann ist also W an diesem Punkt größer als die Konvexkombination der Ws an diesen zwei Punkten, was Null ist. Also ist W nicht konvex. Also ein W, was die physikalischen Eigenschaften hat, die hier stehen, ist nicht konvex. Und dann ist eben die Frage, wie machen wir Variationsrechnung, wenn der Integrant oder diese nicht-lineare Funktion hier, wenn die nicht konvex ist. Also hier wollen wir jetzt schreiben F statt W. Einfach ein anderer Name, weil für mich in der Variationsrechnung dieses Integrant immer F ist. Wenn man dann ganz viel Elastizitätstheorie macht, dann nennt man es irgendwann doch W. Aber das typische Funktional der Variationsrechnung ist ja das hier. Dass man dieses Funktional betrachtet. Ich schreibe also auch U statt Phi. Einfach damit wir hier so die Standardnamen haben und alles wiedererkennen. Das F ist eben nicht konvex. Sondern soll, also wir denken daran, dass es eben invariant unter Rotationen ist und deswegen nicht konvex. Aber das ist jetzt für uns eigentlich gar nicht so wichtig. Das ist einfach nur so, wir müssen jetzt mit einem F arbeiten, was nicht konvex ist. Und das Ziel ist, dass die Minimierung dieses Funktionales, das nenne ich jetzt mal A von U, A von U wird minimiert, dass das lösbar ist. Also die lange Version von diesem Bild hier ist, das Funktional A hat ein Minimierer U. Ja, genau, doch. Funktional, mehr ist es nicht. Das Funktional A hat ein Minimierer U. Und den suchen wir dann. Das ist dann die physikalisch richtige Deformation. Okay. Also, jetzt haben wir uns ein bisschen, wir sind zwar gestartet von 3D-Elastizität, das sieht so aus. Ich habe nochmal daran erinnert, wie das ist mit den Rotationen und der Rotationsinvarianz. Aber jetzt haben wir uns eigentlich ziemlich davon gelöst. Uns geht es jetzt einfach nur darum, wir haben hier so das typische Variationsfunktional. Also, ich mache in Partielle 2 Variationsrechnung, mache ich eben dieses Funktional und zeige, dass man das minimieren kann, wenn f konvex ist. Das ist sozusagen die Standardtheorie, wenn das Funktional konvex ist. Aber wenn f konvex ist, ist auch das Funktional konvex, dann kann man das wunderbar minimieren. Und jetzt wollen wir einen Fall betrachten, wo das f nicht konvex ist und trotzdem können wir das minimieren. Insofern verlassen wir jetzt ganz diese Welt von Modellierung, Transformation und sowas, sondern wir haben jetzt so ein rein mathematisches Problem hier stehen. Ein Variationsproblem mit nicht konvexem f. Okay. Wie behandeln wir das? Ich erinnere jetzt da nur mal an die Ad-Hoc-Modelle. Die Ad-Hoc-Modelle, da hatten wir schon diesen Effekt, dass wenn wir eine Schnur, die in Ruhelage die Länge 1 hat, da sagen wir jetzt, die Endpunkte sollen bei 0 und 0,8 liegen, dann wird die Schnur irgendwie so da liegen. Das kennen Sie alles. Wenn Sie eine Schnur auf den Tisch schmeißen, dann ist die nicht gerade. Die geht einfach irgendwie hin und her, die sieht nicht ein, warum sie sich zusammenstauchen sollte irgendwo. Die hat ja Platz im Raum, die oszilliert hin und her. Und so ähnlich ist es eben auch bei solchen Funktionalen. Funktionalen, wenn das f nicht konvex ist, das werden wir jetzt gleich auch in einem Beispiel noch sehen, dann kann das u zum Beispiel so ein Laminat bilden. Das macht also so immer, u geht immer ein bisschen hoch, ein bisschen runter, ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Dann ist Gradient u immer mal so ein bisschen, ich tue es mal so, als wäre es nur ein Vektor, zeigt in die Richtung, in die Richtung, in die Richtung, in die Richtung. In Wirklichkeit sind es immer mal Tritzen. Aber so, dass das klein ist. Also so Mikrostrukturen, daran soll sich das hier auch ein bisschen erinnern, so Mikrostrukturen, wo immer eine gewisse Ableitung verwendet wird, kann eine kleine Energie haben. Wenn sowas eine kleine Energie hat, dann können wir sowas nicht minimieren. Nein, das ist jetzt kein Beweis, aber es ist eben so, wenn Sie das minimieren wollen, dann nehmen Sie normalerweise eine Minimalfolge, also eine Folge von Funktionen, die kleine Energie haben. Wenn Ihre Minimalfolge so aussieht, dann ist der schwache Limes, ja, wenn Sie jetzt gnädig das Bild beurteilen, der schwache Limes ist die Null, aber A von Null könnte größer sein als A von diesen Dingern. Dann ist es also nicht schwach unterhalb stetig, das A, und dann haben Sie jedenfalls keine Chance, mit der Methode einen Minimierer zu finden, dass Sie sagen, betrachten wir eine Minimalfolge und den Limes davon. Okay. Also, wir haben hier ein Problem, wenn F nicht konvex ist, und diese Sache, die unglaublich viel Mathematik und unglaublich viel schöne Mathematik generiert hat, in den letzten mindestens 40 Jahren, eher mehr, aber das müsste ich mal nachschauen, ich könnte es jetzt hier auch nachschauen, aber ich will jetzt die Zeit gar nicht verlieren, also 40, 50 Jahre, ist, dass verschiedene Leute, aber ein wichtiger Name ist Moray, sind auf die Idee gekommen, dass man den Begriff der Quasikonvexität benutzen sollte. Und das machen wir jetzt auch. Also jetzt erstmal nur ganz grob zur Einordnung. Quasikonvexität, das soll ein Begriff sein, also schwächer als Konvexität, sprich, wenn das F nicht konvex ist, dann könnte es aber immer noch quasi konvex sein, aber andererseits stark genug, dass wenn das F quasi konvex ist, dass man hier so eine Funktional minimieren kann, also dieses Funktional minimieren kann. Okay, ein Begriff dazwischen, und wenn wir dann zeigen können, zum Beispiel unser Elastizitätsproblem, das ist ein quasi konvexes W, dann sind wir fertig, konvex können wir nicht erwarten, aber wenn es trotzdem quasi konvex ist, dann gibt es einen Minimierer, und dann können wir also dieses Problem lösen. Also wäre absolut genial, wenn wir so einen Begriff, den neuen Konvexitätsbegriff hätten, der so dazwischen ist, zwischen den beiden. Und jetzt gebe ich Ihnen einfach mal die Definition an. Für mich ist das jetzt Definition 26.4. Das ist eben die Quasi-Konvexität. Also wir reden hier von einer Abbildung F. Die Abbildung F ordnet immer einer Matrix, also einer N-Kreuz-N-Matrix, eine reelle Zahl zu. Das könnte jetzt erstmal noch in R sein, später werden wir nicht negative F betrachten, aber ich denke, hier lasse ich das noch frei. Die heißt quasi konvex. Falls. So, falls was gilt. Und jetzt ist an dieser Stelle der Trick, aber muss ich jetzt quasi entscheiden, mache ich eine Definition eher, die nah dran ist an Konvexität, oder eine Definition, die nah dran ist an dieser schwachen Unterhalbstätigkeit, die ich hier haben will. Man entscheidet sich dafür, sozusagen daran zu denken, was man damit hinterher machen will. Falls für alle Omega-Teilmenge Rn offen und für alle, wenn ich mich auf ein Gebiet festgelegt habe, für alle U oder Phi, Phi nehme ich, Phi aus, in welchen Raum gehe ich jetzt, W1 unendlich mit Nullrandwerten, W1 unendlich mit Nullrandwerten, auf Omega gilt, so, und jetzt schreibe ich hier hin, ach ja, und alle Xi eine Rn-Kreuz-N-Matrix, also für alle Phi und alle Xi soll F von Xi kleiner gleich sein, dem Mittelwert über Omega, F von Xi plus eine Störung dx. Schauen wir vielleicht da erst mal drauf. Da, ich hoffe, Sie haben alle die Jensensche Ungleichung gut im Kopf. Das sieht verdammt nach Jensenscher Ungleichung aus. Also, aber selbst wenn Sie Jensen nicht so gut im Kopf haben, das können wir eigentlich ganz einfach verstehen. Hier wird F an verschiedenen Punkten, ich habe ja hier noch nicht fertig geschrieben, F wird an verschiedenen Punkten angeschaut, dann wird F an verschiedenen Punkten ausgewertet, also ich mache mal erst mal noch das banale Bild für konvexe Funktion. Konvexe Funktion heißt, ich werte F hier aus und hier und dann nehme ich den Mittelwert, dann kriege ich diesen Wert raus. Sowas wird hier rechts gemacht. Ich nehme F an verschiedenen Werten, da den linken und den rechten Wert, und dann nehme ich einen Mittelwert. dieser Mittelwert ist größer als das F von der Zwischenstelle. Also hier wäre jetzt das Xi und das ist das F von Xi und das F von Xi ist kleiner als die Mittelung der Werte von F. Bei der Mittelung muss ich jetzt natürlich aufpassen, dass ich wirklich also genauso viel nach rechts wie nach links gehe. Das mache ich aber, wenn ich jetzt hier Gradient Phi schreibe. Also ich schaue immer mal links und rechts, aber also kleine Bemerkung zu diesem Ding hier. Wenn Sie Gradient Phi aufintegrieren über Omega, dann können Sie partiell integrieren, weil das Phi nämlich Randwerte 0 hat, steht hier. Dann fällt der Gradient auf die 1-Funktion und da kommt eine 0 raus. Also Gradient Phi aufintegriert verschwindet. Das ändert sich natürlich auch nicht, wenn Sie noch durchs Volumen von Omega teilen. Also der Mittelwert dieser Störung ist 0. Im Mittel gehen Sie genauso viel, schauen Sie genauso viel rechts von Xi wie links von Xi in diesem Bild. Dann ist hier wirklich ein Mittelwert und dann ist das kleiner gleich den. So, das ist jetzt die Forderung. Habe ich da irgendwas vergessen? Ne. Gut. Also das ist die Definition von Quasi-Konvexität. Jetzt habe ich also den ersten Kommentar schon gemacht. Wenn Sie an Jensen denken, dann sagen Sie, okay, das sieht so ähnlich aus wie die Folgerung aus Konvexität. Also sprich, ich erwarte, dass wenn F konvex ist, dass das dann gilt. Das ist ja schon mal gut. Also wenn F konvex ist, dann soll es ja gelten, denn Quasi-Konvexität sowas Schwächeres sein als Konvexität. Also das wird einfach mit Jensen folgen. Gut, das ist der eine Kommentar dazu. Der andere Kommentar ist, können wir erhoffen, dass wir, wenn jetzt F quasi-Konvex ist, dass wir dann eine schwache Unterhalbstätigkeit bekommen? Ja, natürlich. Das ist ja wie zugeschnitten da drauf. Also schwache Unterhalbstätigkeit, ja gut, da muss man jetzt ein bisschen großzügig gucken. Wir machen es jetzt ja im Detail dann in den nächsten zwei Videos. Aber im Wesentlichen schwache Unterhalbstätigkeit heißt, dass hier solche Gradienten schwach konvergieren. Gradient U, J sagen wir mal, konvergieren schwach gegen Gradient U. Und dann soll F von Gradient U kleiner gleich dem Lim-Inf der F von Gradient U, J sein, integriert alles. Und sowas steht ja da. Also jedenfalls für U eine affin-lineare Funktion steht es da. Also die Grenzfunktion affin-linear. Die Grenzfunktion affin-linear, dann ist der Gradient der Grenzfunktion das Xi. Hier können Sie sich vorstellen, das ist ein Integral über Omega und dann teilen durch das Volumen von Omega. Ja, das kommt dasselbe raus. Und rechts steht eben dann, das könnte dann der Gradient von dem U, J sein. Also Gradient von U ist das und die Störung ist eben das Phi. Also das heißt es sieht aus wie das was wir für Unterhalbstätigkeit brauchen. Also auch auf der anderen Seite sieht es gut aus. Wenn wir das haben können wir wahrscheinlich die schwache Unterhalbstätigkeit bekommen. Das sind eben die zwei Hauptkommentare. Also als Kommentar halte ich vielleicht noch kurz fest. also erstens Konvexität impliziert quasi konvex sollte klar sein und ich beweise es aber gleich noch und die zweite Aussage ist quasi konvex folgt schwach unterhalb stetig das können wir auch erhoffen. also beides beides mit gewissen unter gewissen Voraussetzungen war und wir wollen diese zwei Sachen hier zeigen denn ja dann haben wir quasi das gemacht was was wir uns jedenfalls hier vornehmen quasi Konvexität ist ein schwächerer Begriff als Konvexität reicht aber um die schwache Unterhalbstätigkeit zu bekommen und damit auch reicht um dieses Minimierungsproblem zu lösen das ist das Programm für diesen Abschnitt 26.3 gut jetzt kommt also ein kleines Lemma in dem ich zwei Sachen machen möchte Lemma 26.5 also einfache Relationen Konvexität ich kürze es mal ab quasi Konvex und Konvex möchte so einfache Bezüge herstellen zwischen den beiden Begriffen ja der erste Bezug ist eben wenn F Konvex ist dann ist es auch quasi Konvex jedes Konvexe F von R N Kreuz N nach R ist auch quasi Konvex Ok das ist die eine einfache Aussage und dann gibt es noch eine zweite einfache Aussage die jetzt sozusagen am anderen Ende dran klebt also Konvexen sind quasi Konvex aber ich kann auch nur sagen jede quasi Konvexe ist wir führen jetzt den Begriff ein ist auch Rang 1 Konvex jedes quasi Konvexe F ist Rang 1 Konvex und was soll das heißen muss ich jetzt erklären Rang 1 Konvex das heißt für alle Matrizen Xi aus dem R N Kreuz N und Zeta das klebe ich mir da noch rein Zeta soll auch eine Matrix aus dem R N Kreuz N sein aber so dass der Rang von Zeta gleich 1 ist deswegen der Name Rang 1 Konvex also ich gehe in den Matrix Raum setze mich in einen Punkt Xi und jetzt laufe ich in eine Richtung Zeta entlang also dieser Vektor soll die Richtung Zeta sein und der Punkt an den ich mich anhefte ist Xi dann ist wenn ich jetzt das F mir anschaue entlang dieser Geraden also T nach F von Xi plus T Zeta ich laufe jetzt entlang dieser Geraden dem F entlang dann kriege ich wirklich so eine Funktion die nur von einer reellen Variablen abhängt also mein Parabel Bild ist jetzt richtig diese Funktion ist konvex also das ist ja schon ziemlich coole Aussage bei quasi Konvexität steht eigentlich nur so ein komischer Ausdruck mit Integralen da der übrigens natürlich hier erstmal sehr schwer zu verifizieren scheint weil man ja alle möglichen Phi anschauen muss mit denen man da variiert aber trotzdem ist das also ein Begriff aus dem wir also den wir nicht nur schließen können aus der Konvexität sondern aus dem wir auch so eine andere Konvexität schließen können jedenfalls wenn wir in so Rang 1 Richtungen laufen dann sehen wir immer ein konvexes F sollte vielleicht bevor ich jetzt muss ich erstmal alles wegwischen wieder bevor ich das mache obwohl das bleibt vielleicht noch kurz stehen möchte nochmal betonen dass wir variieren hier das Xi die Matrix Xi nicht in beliebige Richtungen wir stören nicht mit beliebigen Matrizen so dass der Mittelwert dieser Störungen eins ist sondern wir stören nur mit Matrizen die Gradienten sind das ist natürlich eine Einschränkung also das ist etwas was uns natürlich hilft aber man muss das nicht für beliebige Störungen zeigen dann wäre es äquivalent mit der Konvexität nicht für beliebige Störungen sondern nur mit Störungen die Gradienten sind also nur die brauchen wir dann später in der Anwendung also fordern wir nur die und dadurch wird es eben eine Eigenschaft die von mehr F Funktion erfüllt wird also wir beweisen dieses Lemma jetzt die erste Aussage ist wie schon angedeutet einfach die Jensen Ungleichung also Jensen formuliere ich gerne so wir machen wir nehmen einen Mittelwert Operator habe ich das jetzt hoffentlich nur Wiederholung aber lassen wir uns das kurz durchführen Mittelwert Operator der wird definiert für eine Funktion V dass wir den Mittelwert über Omega von V bestimmen also ich will jetzt gar nicht die Räume hinschreiben Mittelwert Operator geht zum Beispiel von L1 oder wenn das Gebiet beschränkt ist auch von L2 nach R oder auch in den Rm wenn die wenn die vektorwertig sind diese Funktion V ja also das ist die Mittelwert Bildung und dann oder damit ist dann so wenn F konvex ist dann ist die so jetzt muss ich ich muss im Grunde immer an dieses Bild denken wenn ich F im Mittelwert auswerte also F im Mittelwert der Funktion V das ist hier der Punkt dann ist es kleiner als der Mittelwert der F von V das ist die jensensche Ungleichung und ja jetzt hoffe ich steht alles da also wir machen das jetzt für V gleich diese Funktion V ist Xi plus der Gradient von Phi der Mittelwert von dem V integrieren wir jetzt das und das Integral über Gradient Phi haben wir schon gesehen ist ja Null dann ist der Mittelwert einfach Xi dann steht also links F vom Mittelwert genau und rechts ist der Mittelwert von F von V also steht genau da ist genau die Jensen'sche Ungleichung ok kommen wir zum interessanten Teil also ich behaupte wenn F quasi konvex ist dann ist es auch Rang 1 konvex ok das zeigt man besser andersrum also wir zeigen lieber wenn F nicht Rang 1 konvex ist dann ist es auch nicht quasi konvex und hier wird der Beweis ein bisschen skizzenhaft werden also ich würde es vielleicht auch hinkriegen alles ganz rigoros und sauber zu machen jedenfalls wenn ich es mir vorher aufschreiben würde aber ich glaube weil man da so gewisse technische Kniffe machen muss das würde die Idee ziemlich verschleiern da würden sie denken das war so ein technisch aufwendiger Beweis man musste so viele abschneide funktion was ich erzähle ihnen lieber die Grundidee und ich denke das können sie dann auch glauben und sie können natürlich präzise Beweise nachlesen in der Literatur aber die Grundidee ist mir hier viel wichtiger wir bauen jetzt auch darauf gar nicht auf weiter also wir wollen die Kontraposition zeigen sei f nicht rang 1 konvex sei f nicht rang 1 konvex das heißt also es gibt also weil es ja nicht rang 1 konvex ist dann ist für irgendeine Fußmatrix xi aus r n kreuz n und und eine Richtungsmatrix die bezeichne ich jetzt mal oder die schreibe ich jetzt mal als a tensor b das ist also die matrix mit den einträgen ich schreibe ich das mal aus a i b j i j jetzt muss ich immer überlegen welches laufen soll ich glaube ich lege mich jetzt mal so fest das sollte schon passen also das ist a kreuz b das heißt das ist wirklich ich schreibe es mal es ist eigentlich besser lesbar wenn ich so aufschreibe sie haben einen vektor a und sie schreiben in die erste spalte den vektor a aber mit dem vorfaktor b1 und in die zweite spalte schreiben sie a mit dem vorfaktor b2 und so weiter und die letzte a mit dem vorfaktor bm und jetzt sehen sie auch dass tatsächlich jede rang 1 matrix genau von dieser form ist denn jede rang 1 matrix die hat den rang 1 das heißt die zahl der linear unabhängigen spalten ist 1 es gibt nur eine linear unabhängige spalte das ist eben die erste spalte nehmen wir mal an das b1 wäre ungleich 0 und das a ist auch ungleich 0 dann ist die erste spalte irgendeine spalte und die anderen sind aber alle linear abhängig die sind also auch vielfache von a also bis auf a gleich 0 oder b gleich 0 dann wäre es eine rang 0 matrix aber andernfalls ist das eine rang 1 matrix und jede rang 1 matrix kann so geschrieben werden also das ist der allgemeine fall den wir jetzt betrachten müssen also es gibt so ein xi und ein zeta und diese abbildung die wir da hatten in der definition von rang 1 konvex t nach f von xi plus t zeta ist nicht konvex was heißt denn nicht konvex ich könnte jetzt also ein drittes mal dieses bild malen aber ich habe es ja noch einmal da nicht konvex heißt dass es da zwei punkte gibt und einen punkt dazwischen eine konvex kombination so dass dort das f größer ist also es müsste irgendwie so gehen das f größer ist als die konvex kombination also gibt es da kann man jetzt sich glaube ich arbeit sparen wenn man das mit der richtigen notation schreibt ich möchte jetzt ein genau xi a und xi b ja also der eine punkt den nenne ich xi a xi a das ist ein xi 0 plus t a mal zeta das ist der eine von den beiden punkten die da bei denen dann das bild nicht stimmt und xi b ist ein das x oh entschuldigung das xi 0 ist einfach ein xi das ist mein fußpunkt den habe ich ja schon festgelegt ist mein xi plus t b mal zeta und es ist eben f von xi ich würde erwarten bei einer konvexen funktion dass f von xi kleiner gleich der konvex kombination ist jetzt ist es aber nicht kleiner gleich sondern größer als die konvex kombination also ja das jetzt ich drücke mich mal davor als die konvex kombination der f von xi a und f von xi b also für gewisse lambda a gleich 1 minus lambda b ein element in 0 1 ok für irgendwelche koeffizienten die ich jetzt aus dem t a und t b natürlich ausrechnen könnte aber das ist der punkt den ich jetzt nicht machen will weil ich mich jetzt vertun würde für irgendeine für irgendwelche koeffizienten die eben meine konvex kombination definieren ist diese konvex kombination der werte kleiner als f von xi obwohl das xi die entsprechende konvex kombination der punkte ist das ist lambda b oder 1 minus lambda a und was wissen wir noch wir wissen dass xi b minus xi a ein vielfaches von zeta ist also rang 1 hat der rang von xi b minus xi a ist 1 das ist die situation und unser lemma ist bewiesen wenn wir aus der existenz von dem xi a und dem xi b mit diesen eigenschaften hier wenn wir daraus schließen können dass f nicht quasi konvex ist dann haben wir diese kontraposition gezeigt gut das machen wir sofort müssen wir ein bisschen wischen um die notationen ein bisschen zu vereinfachen nehme ich jetzt einfach mal an dass das lambda a und das lambda b jeweils ein halb sind also für einfache notationen ansonsten schleppt man eben immer noch diese koeffizienten rum aber hier wird dann mit ein halb wird dann auch das t a und das t b wird ein halb für einfache notationen nehmen wir jetzt mal an xi sei genau der mittelwert von xi a also vielleicht klammere ich das sogar aus das ein halb und xi b und zeta ist eben der richtungsvektor xi a xi b minus xi a und da der rang das jetzt das nenne ich jetzt einfach das neue zeta es kommt mir auf den betrag von zeta an das neue zeta nehme ich jetzt das hier und der rang ist 1 und wenn der rang 1 ist dann kann ich das schreiben nach unserer vorüberlegung als vektor a tensor vektor b also a b sind b sind n vektoren was ist das ziel wir wollen jetzt zeigen dass f nicht quasi konvex ist also das ziel ist definition ist leider weg wir suchen ein omega das geben wir uns beliebig offen vor wir können es für ein beliebiges omega tatsächlich konstruieren also denken Sie meinetwegen an ein rechteck und eine funktion phi aus w 1 unendlich 0 omega omega soll offen sein so dass f von xi eben nicht kleiner ist also größer als dieses omega mittelwert integral f von xi plus gradient phi das ist unser ziel und also das xi ist tatsächlich genau dieses xi und wir versuchen also was wir versuchen dass das gradient phi immer also ist jetzt wirklich nur eine idee hier dieses ungefähr gleich ist jetzt nicht gemeint in dem raum aber was wir versuchen ist das gradient phi jetzt müssen wir überlegen immer also xi plus zeta halbe ist das b und xi minus zeta halbe ist das xi a jetzt überlege ich ich definiere das zeta lieber als ein halb mal das dann versuchen wir zu bekommen dass das gradient phi gleich ungefähr zeta ist was ja also a tensor b ist wenn wir das erreichen xi plus achso hier plus minus mal das eine mal das andere dann xi plus zeta ist ja okay jetzt müssen wir hier das plus das rechnen dann fällt das xi b weg dann steht da entschuldigung xi a fällt weg dann steht da gerade xi b und xi minus zeta wenn wir also gerade den phi gleich minus zeta haben dann steht hier xi minus zeta xi minus zeta ist aber xi minus zeta dann steht da xi a die xi b fallen weg also das ist das ziel als omega nehmen wir eine beliebige offene menge wie gesagt denken wir mal an ein rechteck und jetzt ist die Frage wie konstruieren wir dieses phi im ersten schritt machen wir folgendes b ist ja irgendein vektor im rn sagen wir mal b ist ein vektor der in diese richtung zeigt wenn b in diese richtung zeigt dann nehmen wir dieses b als normalen vektor für ebenen ich mache zwar ein zweidimensionales bild aber ich sollte ja durchaus höherdimensional denken b als normalen vektor von ebenen und dann ziehen wir ebenen mit diesem normalen vektor hier in dieses gebiet ein also auftrag man konstruiert konstruiere streifen die breite soll sein breite klein schreibe ich mal ich glaube ich will keinen neuen namen dafür spendieren keine variablen namen also breite soll klein sein aber die normale zu den streifen ist immer b das habe ich jetzt hier angedeutet kleine streifen und der normalen vektor ist b und jetzt sage ich das phi soll immer den gradienten haben in den jetzt gibt es eben zwei verschiedene streifen es gibt die nenne ich jetzt mal die a streifen und die b streifen das immer abwechselnd a b a b a b dieses gradient phi soll sein ja das steht ja hier das soll das zeta plus minus zeta sein also a tensor b in a streifen und minus a tensor b in b streifen und jetzt schreibe ich mal ganz gelassen dazu phi soll stetig sein und sagen meine funktion soll jetzt mal in der ebene gedacht die funktion soll den gradienten null hier haben in diesem teil der ebene und in dem anderen teil der ebene soll es den gradienten haben nach oben dann soll es also nach da wachsen ja dann muss ja hier das u ist entlang der schnittkante ist das u konstant nämlich null und entlang der schnittkante ist aber von der seite gesehen ist das u linear wachsen nach oben dann passt es ja nicht stetig zusammen also das geht nur dann aber ich formuliere es gleich andersrum das geht jetzt hier deswegen weil was ist die Ableitung von phi in so eine tangentiale Richtung also weil was ist Tau mal gradient phi Tau tangentiale Richtung also Tau ist senkrecht auf b b ist ja der normalen Vektor dann ist Tau ein tangentialvektor in der ebene es gibt viele soll irgendein Tau sein was tangential ist zur ebene also normal zu b was ist dann Tau mal gradient phi oh da müssen wir jetzt natürlich schauen was da müssen wir jetzt genau überlegen wie wir das verstehen sollen und das ist eine Matrix und was ist mit Tau mal gradient phi gemeint vielleicht sollte ich das gar nicht so hinschreiben also wir müssen ja eigentlich einen Weg entlang gehen ich schreibe mal hier als Nebenrechnung wir müssen ja D nach DT wenn wir phi anschauen entlang einer tangentialen Richtung also x plus Tau mal T vielleicht nehme ich da lieber ein S die S Ableitung wenn ich phi entlang der tangentialen Richtung anschaue dann ist es jetzt nach Kettenregel gradient phi von x oder an der richtigen Stelle jetzt für s gleich 0 gradient phi von x mal Tau ich hätte also vielleicht besser geschrieben gradient phi mal Tau weil ich haben will weil ich diesen Ausdruck berechnen will wie ja also Matrix und Vektor von welcher Seite multipliziert man hatte ich eben falsch geschrieben eigentlich ist das gemeint so und was ist das ja gradient phi ist ja entweder plus oder minus A Tensor B und diese Matrix wird multipliziert jetzt mit Tau aber jetzt schreiben wir das mal aus da werbe ich ja immer wieder dafür das ist jetzt also die Einträge heißen plus minus A I B J aber steht es noch da B J der J-Index ist der zweite Index der läuft jetzt also also nehmen wir jetzt Tau J und das zumühren wir über die J ja dann habe ich den I-Ten Eintrag davon also müsste ich jetzt hier noch ein I machen wenn ich da jetzt als I die Laufvariable nehme das ist der I-Ten Eintrag aber was steht jetzt hier hier steht innen drin ein Skalarprodukt B mit Tau B ist aber senkrecht auf Tau also steht hier eine Null ok was haben wir gelernt egal ob jetzt der Gradient von phi den ich ja plus oder minus A Tensor B nehme ob ich jetzt also im A-Streifen bin oder im B-Streifen die Ableitung in eine tangentiale Richtung ist immer auf beiden Seiten gleich und deswegen geht das ja also ganz wichtig die Warnung Sie dürfen hier einfach hinschreiben ach wähle phi stetig so dass das gilt ja das geht nur weil eben die Ableitung die richtige ist also sprich weil wir hier unten die Streifen in die richtige Richtung gelegt haben deswegen geht das ok so können wir also ein phi generieren und ja anschaulich sind wir praktisch schon fertig weil jetzt eben das erreicht ist was wir haben wollen immer Xi plus Gradient phi ist eben Xi A oder Xi B in den beiden Streifen und deswegen ist das was da auf der rechten Seite steht im Wesentlichen immer f von Xi A oder f von Xi B aber so haben wir es ja gemacht das f von Xi A plus f von Xi B im Mittelwert ist kleiner als f von Xi und das widerspricht der quasi Konvexität für den Beweisschluss wünsche ich nochmal so wir wissen schon also im Grunde sind wir fertig was wird denn noch nicht erfüllt wir haben noch nicht dass phi in W1 unendlich 0 Omega ist also das ist es einfach nicht denn das phi ist ja stückweise affin linear das heißt hier am Rand ja da geht es immer hoch und runter in so einem Zickzackmuster und ist eben nicht 0 aber wir wollen gerne ein phi finden was so ist nenne ich das mal phi Epsilon und dazu müssen wir uns überlegen wie groß ist denn die Funktion phi so was für Werte nimmt die an also wenn die Streifen mit Breite die Breite Epsilon haben ich möchte also doch eine Variable einführen die Streifen die wir da eingeführt haben mit A und B Phase die sollen die Breite Epsilon haben wie groß ist dann phi also wir wissen schon die tangentiale Ableitung von phi ist das hier ist 0 also wenn Sie jetzt den Streifen entlang gehen von hier nach da oben dann ist das phi hat überall denselben Wert dann geht phi irgendwie hoch nach da und hat dann einen anderen Wert und diesen Wert können wir ermitteln indem wir fragen was ist denn Gradient phi mal und jetzt gehen wir mal in die normalen Richtung und wenn wir jetzt in der A Phase sind dann ist Gradient phi mal B das ist irgendwas das geht jetzt ja mit derselben Formel das ist der A Vektor also das ist ja der A Vektor mal B Betrag Quadrat also das ist die Ableitung von phi in die normalen Richtung in einer A Phase aber in der B Phase ist es genau minus das das heißt das phi sieht mache ich jetzt nochmal symbolisch wenn ich jetzt hier nach rechts in die vertikale Richtung gehe also nenne ich das mal auch wieder S und ich male hier an was ist phi von einem Punkt x0 plus s mal B dann sehe ich immer diese Ableitung also es ist immer was Positives und dann aber runter und dann was Positives und dann wieder runter so sieht das aus das ist so ein Zickzackmuster und wenn ich jetzt die Streifen aber mit der Breite Epsilon mache also jeder Streifen hat die Breite Epsilon hier ist jetzt so ein B Streifen dann ist hier wieder so ein A Streifen die haben alle die Breite Epsilon und sind alle gleich breit dann wackelt es halt nur so hin und her und dann sind die Werte von phi ich schreibe das mal so pseudomathematisch hin die die maximalen Werte von phi also die C-Null-Norm von phi die ist von der Größenordnung Epsilon also indem ich kleine dünne Streifen nehme viele dünne Streifen hat phi nur eine kleine Norm und dann nehmen wir als phi Epsilon eben wird gesetzt einfach das phi mal eine Abschneidefunktion phi Epsilon das sei eine Abschneidefunktion die soll eben Nullrandwerte haben können wir also CC unendlich auf dem Gebiet Omega und phi Epsilon gleich 1 auf einer großen Teilmenge spezifiziere ich jetzt gar nicht würden wir jetzt also bei Würfeln einen großen Würfel nehmen der da drin liegt auf einer großen Teilmenge und dann schauen wir uns die zwei Ausdrücke an die wir jetzt letztlich anschauen wollen also für die Quasi-Konvexität haben wir da stehen F von Xi und dann ist eben hier die Frage was für ein Symbol da reinkommt und dann haben wir hier einen Mittelwert F von Xi plus Gradient Phi das wollen wir uns anschauen das Dx und das ist jetzt eben diese rechte Seite also da ist noch die große Frage was da reinkommt die rechte Seite das ist eben im inneren im inneren Integral sagen wir mal die große Teilmege ist Omega Strich ist das Omega Strich und da ist es F von naja da ist der Gradient Phi jetzt eben nach Konstruktion also da ist der Gradient von Groß Phi Epsilon eben Null weil das da konstant gleich Eins ist und dann ist gerade Entschuldigung hier meine ich natürlich Phi Epsilon und dann ist der Gradient von Phi Epsilon eben der Gradient von Phi mal Eins der Gradient von Phi ist aber entweder Zeta oder Minus Zeta und dann ist es eben F von Xi B auf der Hälfte des Gebietes und F von Xi A auf der anderen Hälfte des Gebietes also wird hier der Mittelwert genommen auf diesem großen Teilgebiet und dann haben wir halt den Fehler und dann schreibe ich einmal den Fehler hin das ist also auf dem Randstreifen da ist es eben F von Xi Plus so und jetzt achso jetzt ähm ja doch mal so Gradient Phi Epsilon den schreibe ich ruhig mal aus Gradient Phi Epsilon hat jetzt zwei Teile das ist ein Gradient Phi Phi Epsilon und der Gradient könnte auf das Groß Phi Epsilon fallen Phi Gradient Phi Epsilon und jetzt sind wir im Wesentlichen fertig denn das hier ist nach der ganzen Konstruktion wir haben angenommen F ist entlang dieser Rang 1 Linie nicht konvex nicht konvex heißt die konvex Kombination der Werte ist nicht oberhalb sondern ist unterhalb von dem F von Xi ja und dann wäre das wenn jetzt also dieser hintere Teil wenn der klein wäre dann wären wir fertig dann hätten wir nämlich also das habe ich ein bisschen komisch gemacht also wir fragen uns ja ist diese Seite größer oder kleiner als F von Xi und wenn nur der Term da wäre der wäre dann kleiner als F von Xi und dann sind wir fertig denn dann ist F nicht quasi konvex also ist noch die Frage wie groß dieser zweite Teil ist und ja wie groß ist der also das ist schauen wir mal so grob auf diese Terme das hier ist etwas beschränktes das hier auch und integriert wird über eine kleine Menge das ist nur der Randstreifen ja Omega Strich nehmen wir was Großes in Omega dann integrieren wir nur über den Randstreifen also jetzt ist das Ganze ja noch in der nicht-linearen Funktion F aber also da ist so sozusagen F an der Stelle die uns nicht so ganz gefällt ist aber eine beschränkte Störung kleines Integral das trägt also wenig bei und hier ich habe ja noch nicht gesagt wie groß dieser Streifen sein soll aber machen wir den einfach auch Epsilon also das Omega Strich schöpft alles auf bis auf einen Streifen der Breite ebenfalls Epsilon wenn wir das machen dann muss das Phi Epsilon vom Wert 1 in Omega Strich auf den Wert 0 am Rand runtergehen und das in einem Epsilon Streifen dann ist der Gradient also von der Ordnung 1 durch Epsilon das ist schlecht das ist ein ganz steiler Gradient von der Abschneidefunktion in dem Randstreifen aber wodurch wir gewinnen ist dass wir uns ja gerade überlegt haben dass das Phi nur von der Ordnung Epsilon ist wenn wir die Streifen also jetzt die inneren Streifen von der Breite Epsilon machen dann ist also das ganze Argument hier irgendwas beschränktes F ist eine stetige Funktion ich kann nur hoffen dass es im Lemma dabei stand weiß ich jetzt nicht muss ich blättern vielleicht muss ich noch einen Kommentar ins Video schreiben dass Sie das bitte korrigieren also F muss stetig sein dann schauen wir uns F nur auf einer beschränkten Menge von Werten an dann ist F beschränkt und F ist beschränkt und hier integrieren wir immer ein kleines Gebiet also ist dieser ganze Ausdruck hier klein dann können wir jetzt also so klein kriegen durch die Wahl dieses Gebietes kriegen wir so klein dass der kleiner ist als die Differenz dieser beiden Werte übrigens ist hier das Innere gemeint ja also ohne die da ist das Volumen von Omega Strich spielt ja noch eine Rolle ja aber klein im Vergleich zur Differenz dieser beiden Werte und wenn wir das erreicht haben dann ist also gezeigt das F ist nicht quasi konvex und das war ja zu zeigen wir sind gestartet mit einem F was nicht Rang 1 konvex ist und wollten zeigen dass das F nicht quasi konvex ist durch die Konstruktion von so einer Störung Phi Epsilon sodass eben diese Konvexitätsbedingung quasi Konvexitätsbedingung nicht erfüllt ist ok gut das ist das ist diese Sache wir bauen jetzt darauf nicht auf deswegen habe ich mir auch die Freiheit genommen das so lax und informell zu machen hier diese diesen Beweis was wir jetzt machen wie gesagt nicht darauf aufbauend wir wollen jetzt zeigen wenn ein F quasi konvex ist dann ist auch dieses zugehörige Variationsintegral ein schwach unterhalbstätiges Funktional und wenn wir das haben dann kann man auch das Minimierungsproblem lösen und dann eben Info von mir an Sie viele Elastizitätsprobleme haben tatsächlich ein quasi konvexes F und sind also mit diesem Theorem lösbar gut das sind jetzt dann die nächsten Videos 26 3 B und C bis dahin Minimaler Nachtrag und Korrektur also hier ist ein kleiner Fehler der hätte mich jetzt nicht so sehr gestört dass ich nochmal ein Videoschnitzel mache aber wenn ich schon dabei bin diese Gleichheit stimmt natürlich nicht wenn wir hier durch das Volumen teilen also teile ich mal hier nicht durch das Volumen und da müssen wir hier natürlich mit Maß von Omega mal F von Xi vergleichen dann wäre das korrigiert die zweite kleine Korrektur ist ich habe im Buch einfach F quasi konvex nur definiert für stetige Funktionen also wir reden immer nur über stetige Funktionen so dass quasi automatisch das Lemma auch nur ein Lemma über stetige Funktionen ist gut was ich aber noch sagen wollte ist jetzt war dann zwischendurch noch der Akkutod diese Konstruktion ist nicht nur eine nette Konstruktion um diese Aussage zu beweisen sondern die sagt eben wirklich etwas aus darüber wie Minimalfolgen aussehen also wenn sie ein F haben was nicht Rang 1 konvex ist dann finden sie eben solche Gradienten A Kreuz B und minus A Kreuz B die so zusammenpassend sind dass sie da so Laminate konstruieren können und diese Laminate haben eine kleine Energie das heißt wenn sie andersrum gesprochen wenn sie jetzt dieses Energiefunktional minimieren wollen dann sieht eine Minimalfolge typischerweise so aus so ein Laminat wo der Gradient eben hin und her springt denn die sind eben energetisch günstig und dann können sie eben nie erwarten dass sie schwache Unterhalbstätigkeit haben weil der schwache Limes von solchen Viehs eben zum Beispiel null Funktion ist oder eine affine Funktion und da hat dieses Vieh hat eine größere Energie also sie können schwache Unterhalbstätigkeit jedenfalls nicht erwarten wenn sie keine Rang 1 Konvexität haben das zeigt also dass die quasi Konvexität schon ganz gut eingequetscht ist zwischen Konvexität was wo sie sicher sagen können wenn das auch nicht erfüllt ist dann ist auch keine schwache Unterhalbstätigkeit da dazwischen liegt quasi Konvexität und die wird reichen für die schwache Unterhalbstätigkeit Konvexität 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 Vielen Dank.